Willkommen zurück bei Zero Time Dilemma Folge 31 glaube ich. Wir haben die 30er Marke schon überschritten. Und letztes Mal haben wir festgestellt, dass alle Wards der CQ&D Ward eigentlich verbunden sind. Und das eigentlich nur ein Ward ist mit einer gemeinsamen Lounge. Und alles ist einfach nur ein Holodeck. Das war schon mal geil. Und jetzt schauen wir mal hier, was uns hier erwartet mit Carlos und Eric, so wie es aussieht. Ich bin gespannt. Get back. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und alles auf den gleichen Zeit, aber in einem anderen Zeitpunkt. Aber so was? Das bedeutet, dass ich mich noch mehr überraschend bin. Mit dem, deine Alibien sind komplett weg. Wenn wir in den gleichen Ort, aber in anderen Zeitungen, dann kann jeder es tun. Wer tönt hat Meera und Junpei ist... ein von uns. Ja, genau. Die größten Verständnis sind... Sie beiden, Diana und Sigma. Ich denke, die Alibien sind nicht notwendig für Sie. Sie sind Fakten, Sie können sich umdrehen, weil die Regeln nicht verwendet werden können. Bitte, Stopp! Ich habe bereits gesagt, dass wir uns niemanden sind Fakten. Wir transportieren zu dieser Zeitlinie durch diesen Begriff da oben. Gehen Sie bitte, dann! Also... Wir können nicht. Und warum nicht? Nachdem der Transporter benutzt wird einmal, wird es nicht funktionieren. Es dauert mindestens zehn Monate für die Energie zu vollständig werden. Und wiederholen Sie? Woh, warte. Wenn Sie es nutzen, wird es nicht funktionieren. Also, wenn es nicht benutzt wird, wird es definitiv werden. Genau? Was Sie beteiligen? Hey, das nicht verändern, dass Sie noch von den Begriffen von uns. Nun, keine Frage mit dir. Wir wissen, dass du Akane hat. Wir sehen, dass du das Video gemacht hast. Wie ich gesagt habe, ich war nicht derjenige, dass du Akane hat. Es war der mich, der in dieser Geschichte war. Hey, Scheiße! Geh mal, geh mal und spüren mehr was. Ich werde dich schrauben. Das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, ich versuche. Es scheint, dass ich Akane und ich gefunden habe, Junpei's Körper in der Pantre in dieser Geschichte. Junpei's Verletzung war nicht bekannt, aber Akane hat mich erwartet. Und das ist wie du verloren hast? Ich kann dir die Schmerzen, wenn du mich noch nicht glaubst. Also, du sagst, dass es alles in self-defense war? Du hast Akane verletzt, weil sie dich zu töten. Hey, ist das genug, Erik? Können Sie bitte die Schmerzen für einen Moment ab? Huh. Er ist anders aus wie er war in der anderen Geschichte. Es gab dann etwas anderes, aber... Er ist ein anderer Person? Er ist das gut. Er ist das gut. Warum nicht nur ich mir das Schiff-ein, das du sagst, kannst du machen? Okay. Warte, du gehst zurück? Ich möchte etwas nachzudenken, bevor ich das mache. Diana, wie genau das du diesen Angelegen hast? Aber es wird nicht funktionieren für 10 Monate lang. Ich weiß. Ich frage mich, ob wir es nutzen können. Da sind diese Plätze. Du musst die Karten in der richtige Ordnung stellen. Der Nucleus wird aufgerüstet. Und dann... Der Nucleus wird aufgerüstet. Okay, ich habe es. Danke. Sorry, dass du dich warten kannst, Erik. Ich habe mich für eine Bühne. Ich muss sie retten. Ich muss sie retten, Akane und Junpei. Was? Aber sie sind bereits... Ja, sie sind tot in dieser Geschichte. Aber sie sind still alive in der anderen Seite. Also bin ich zurück, um sie zu retten. Es ist etwas, was nur ich kann. Ich habe dich gesagt. Ich habe dich gesagt. Ich habe dich gesagt. Ich habe dich gesagt. Ich werde dich schreiten. Ich werde dich zu retten. Das ist aber auch hoffentlich schnell noch rausgeschiftet. So, was haben wir denn jetzt hier? Ist das alles nicht anwählbar? Außer irgendwas? Ah ja. Außer hier. Was war das nochmal? Ah, nach den drei Würfeln. Das springen wir jetzt hin-zurück, quasi. Achso, das war ja die Situation, wo der Kleine uns gerade angreift. Achso, wie ich sicher bin. Achso, wie wie ich gerade schon geschenk. Achso, wie du dir so momentanaganst, wieso sie scheinen? Oh, ich verstehe jetzt. Huh, the three wards all overlapped each other. Who knew? And I think I figured out the transporter more or less. So, where's our destination? Hmm. It appears as if you finally arrived. Zero. Asshole. Where are you? Let me make one thing clear for you. I no longer exist in this world. In the current history, I was executed by one among you. Your fellow teammate, Carlos. A... what? As such, I will be unable to answer any of your questions. You are speaking to a recording. If you are desperate for answers, I suggest finding me where I am alive. Unfortunately, in that history, our possessions are reversed, and the three of you are dead. But if you do come, I will share vital information. I'll be waiting to meet with you. The history... when we died? Hot damn it! Where is that? Could it be? I know. It's the one where we were executed. Wh-what? Then how the hell do we even jump to that history? We can't shift there if our bodies are already dead. Oh, so that's it. We're going to transport. Aber es sind ja nur zwei Pods. Podsplits. If we pull this lever... Ah, he-he's... Penalty. Penalty. Time to exterminate. Go ahead, Akane! Junpei! Huh? What are you saying? It only works with one person in each. At least that's what Diana told me. So no matter what, we can only transport two people at once. Ah, what are you guys doing? Go now! What? Ah, I'll definitely catch up with you. I promise. Trust me. After the transporter has been used once, it won't work for a while. We'll hold you to it. Ah, I promise. I've never broken one before. And I won't now. We're counting on you, Carlos. I'll meet you. Stay? I'll meet you. I'll meet you. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. How do I get to the history where we were executed? It's as Junpei said, my body's dead there, so I can't shift. Wait a minute. Then... What the? I don't understand. But this doesn't look good. No, wait! This isn't bad. This is actually... It's my chance. I don't know. I don't understand. It's my chance. ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wer würde das tun? Unabhängig davon. Verstehst du das? Die D-Team sette die Bombe. Und das ist so, dass die Strecke in dieser Strecke collapsed. Aber warum ist sie jetzt komplett in Sand? Ah, der Strecke wahrscheinlich gab es ein bisschen nachdem, nachdem sie ausgingen. Oh, Jesus. Die Geschichte, wo ich bin, und Sie sind tot. Sie sehen, dass du dein Weg in Sicherheit hast. Zero. As promised, the important information. First, Akane. A history you find yourself in. Is that one? Was? No! The first Radical-6 patients have left. They should reach the hospital shortly. The pandemic is unavoidable now. The virus is spreading all over the world. That's a damn lie. It has to be! No, it is the truth. Free the Soul's plan is progressing smoothly. Then that's gotta mean, you're that cults. Correct. I am the founder of Free the Soul. Many call me brother. You bastard! Thanks to your shitty dream, six billion people will- Don't be mistaken. Don't be mistaken. If we do nothing now and let time pass, an even worse future awaits. A religious fanatic will trigger a nuclear war with a terrorist attack. Eight billion. All of mankind will perish. Unfortunately, the fanatic's identity is unknown. So, I decided to kill six billion people. Why? By doing so, I will have a 75% chance that they are among the viruses' casualties. To tell the truth, history has proven me right. So, to kill one person, you'll sacrifice six billion?! It is to save two billion people. And that's how you use Radical Six. You don't believe that's the ethical choice? What?! Uh, of course I don't! Is that all you think human lives are worth?! Do you feel nothing as you kill off a whole bunch of innocent people?! But that's not a way of life. Sinner or innocent, people will die or be killed in an unjust manner. To blind your parents, Akane Kurashiki. Wh-What are you talking about?! Your father was sentenced to death for a crime you didn't commit. In grief, your mother killed herself. No! That's wrong! My parents were involved in an accident! You were likely told that, but it is a lie. What I shared just now is the truth. No! Think about it. If your father hadn't been falsely accused, how different your life would have been. You'd never have been involved in that child abduction case ten years ago. And clearly, the incident a year ago would not have happened either. And of course, Jupe. The path you've walked during your life would have been completely different too. The smallest things have a drastic effect on a person's life. As I said, that's just the way it is. But that doesn't mean that you have free reign to just mess with the lives of people like that! Only God decides who lives and who dies! Oh-ho-ho! To think you, of all people, will vote God. Very well. I will let you see the truth of God that you believe in. You, of course, see the clothing laying on the bar counter. The evening of April 12th, 2029. Wear those, and take part in our ceremony. There, I shall tell you the secrets of the world. There's no way I'd ever go! No. You will most definitely come. Well, that is, if you manage to escape the shelter. Just watch. I'll get out soon. Of course, we will. Diana's bringing back a rescue team. Do they even have any reason to believe that the two of you are alive? If there is no rescue, then the remainder of your lives will carry out at this sacred site. Sacred site? This is the sacred site where the birth of brother, founder of Free the Soul occurred. Are you saying you were born here? Yes. Not raised elsewhere. The moment we were born, we were transferred to the past via the transporter. Back to April 1904. Huh? 1904? Wait. Did you just say, we? Yes. Do you mean, your little brother? It's true. I had a younger brother. But we were not related by blood. He was the son of the couple who raised me. Then... Let me clarify. My we is referring to my younger sister. You know this person very well. Ah, it appears I've spoken too long. But I will impart to you something very important. The spell to open Pandora's box. We were odiae. Remember these words well. It will come handy someday. We were odiae? It's latim. Live for today. Oh, I wonder what's happened to Carlos. Maybe he won't be coming. Why would you say that? Maybe... Maybe nobody's going to come to save us. Like Zero said, Diana and the others probably don't know we're alive in here. It'll just be us two, in this place, forever. No... I think there's someone else. Or maybe more like something. Gab! Oh, I'm glad you're safe. Hey, look. Isn't there something in his collar? This is... Anagram? Oh, yeah. Um, that's when you rearrange the letters of a word or phrase. But we need to know the sentence to work from. The original sentence, huh. Hey, Akane. Do you remember the Ward C lounge? Y-yes. What did it say on the wall? I think it was... Let the game end where I treat too. Can we make any other phrases using all the letters from that? Um... Uh... Well, it's not perfect, but... Together with me, we are ten. But if that's what it is, there are leftover letters. How many? Five extra letters. L-D-A-E-T. The thing is, I don't know what word I could make out of them. But what could, together with me, we are ten, mean? It could be saying, if you're with me, then there are ten of us. Ten? I mean, there are plenty of other ways to read. Where are you going, Junpei? Hey, why isn't Q on this board? Why? Well... Because he's not dead. Wait... He... He's still alive? I think so. Huh. Q is alive. We are ten. What? No. I'm sorry about the wait. Well... Ich glaube, ich war derjenige, dass ich mich erwartet habe. Ich versuchte, nicht wahr? Ich komme zurück für dich. Warte, bist du... Hey, Junpei! Akane! Ich bin hier um dich zu retten! Gute Sache! Akane, Carlos, Akane und Junpei retten. Okay, wir haben erfahren, dass Zero Delta ist höchstwahrscheinlich. Der Bruder von Phi und der Sohn von Sigma. Und der hat zurück ins Jahr 1904 geschickt. Das heißt, wir haben beide offensichtlich noch eine Zeitreise in die Zukunft schon damals gemacht. Das ist wiederum echt unglaublich. Aber scheint so, ja. Also... Lass mich das durchführen! Du... Du hast auf die Geschichte geändert, wo du den gelbsten Knopf drückst. Ich kann nicht mit euch mit ihr, Leute. Hä? Ich habe eine Projekte in einer anderen Geschichte gemacht, dass ich euch definitiv zu retten würde. Ich habe 10 Monate zurückgebracht, um 10 Monate zu aktivieren, die nicht verwendet werden. So you guys would be able to transport to this history. I needed 10 months to charge the device again after I used it. And then you just waited for a long time. That's right. You didn't think of stopping Zero's plan? If I did that, then I couldn't have met you guys, right? That was one hell of a thing you did. Huh? Do you know what happened because of you? Mira and Eric died. Sigma lost his arms and an eye and he's in the hospital. That's not all. Zero said the first Radical Six patients have left. It's... it's too late. We can't stop the spread of the virus. What happened today is going to result in 6 billion people. This is the end. I have to start over from the beginning. Start over? We'll start now and spend the next 45 years preparing for my plan. You have a plan? In 45 years, I'm going to call Sigma and Phi's consciousnesses to the future. We must do it or we can't save all those people. I'll help you, Akane. Let me join Crash Keys or... or whatever you're calling it. I can't do that. I can't do that. Why? I'm going to need you to forget everything you know, Junpei. What? I'm really sorry. Hey, Akane! No. You... You can't be... Warum? Junpei, ich werde nie vergessen. Aber bitte, vergessen mich. Du musst vergessen. Nein, ich will nicht. Ich werde nie vergessen. Ich werde nie vergessen. Ich werde nie vergessen. Ich werde nie vergessen. Akane, warum? Ich mache was ich, um zu erreichen. Das ist wie ich bin. Selbst wenn das bedeutet, ich muss mein Leben verlieren. Ich... Ich versuche, ich werde das AB-Projekt ein Erfolg machen. Abgefahren. Hier wurde also der Plan gefasst. Das... Virtuous Less Reward quasi zu... Installieren. Spannende Sache. Okay, und dann schauen wir mal in der nächsten Episode, wie es weitergeht in Zero Time Dilemma. Wir stehen, glaube ich, kurz vor der Entwirrung aller noch offenen Fragen. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Euer Dread.